moin leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren tricks und tipps video hier bei mir es wurde ja schon sehr sehr viel in letzter zeit nachgefragt und ich möchte gerne diese serie wieder auferleben und heute fängt es an mit den kategorien für signale der liebe maverick hat ja schon einige erstellt wer das aber gerne noch ein bisschen detaillierter aufgelistet haben möchte so wie ich zum beispiel ich sortieren nach der signal art ja das heißt nach ausfahrsignal einfahrsignal und so weiter und so weiter der liebe maverick sein script der sortiert er bloß nach ich glaube nach nach den erweiterungen und nach den basis mods der kann sich gern hier dieses kleine tutorial sich anschauen und dann gerne auch bei sich selbst auf dem pc ausprobieren wir fangen einfach mal an und ich habe als beispiel die hv signale genommen von dem leben seppe ja als beispiel kommt das basis paket zum einsatz ihr könnt es aber mit allen weiteren mods die es gibt beziehungsweise mit allen weiteren signal mods machen ja das heißt flügelsignale das heißt irgendwelche signale die es auch als wegpunkt gibt da funktioniert das genauso aber ich möchte euch das gerne hier bei den hv signalen zeigen dazu haben wir einmal hier diese rah oder zip datei gedownloadet da extrahieren wir erst mal oder besser gesagt entpacken erst mal hier auf dem desktop der ist jetzt hier drüben und den öffnen wir dann erst mal ach der falsche hat es auf dem falschen bildschirm geöffnet dann gehen wir in den res models model und so weiter und so weiter bis wir die mdl dateien sehen so hier hat er ja schon wunderschön aufgelistet hier haben wir zwei ausfahrsignale wir haben vier block signale wir haben vier einfach signale dann haben wir hier noch zwei selbst block signale das gehört eigentlich auch zu den block signalen also ich habe sie dort eingeordnet aber ihr könnt das gerne dann als extra kategorie machen und wir haben hier unsere sechs vor signale wie ihr seht wenn nichts dran steht ist es für rechts links hat er extra detailliert hingeschrieben ausfahrsignale gibt es nicht für links das ist irgendwie eine db norm dass es ausfahrsignale nur rechts gibt vom gleis und ich zeige es euch einfach mal bei jedem einzelnen von den typen genau ich fange jetzt einfach mal mit hp 1 an falls ihr euch nicht so mit signalkunde auskennt könnt ihr auch gerne irgendwie sortieren wie ihr möchtet das muss nicht so sein wie bei mir aber ihr könnt es gerne so abgucken dazu empfehle ich das programm notepad plus plus das öffnen wir einmal und dann gehen wir ganz nach unten hier sehen wir nämlich den bereich metadata so da haben wir dahinter eine klammer und wir müssen noch in diesen bereich der metadata schreiben das heißt wir gehen nach der klammer zu von signal gehen wir rein mit einem mit einem enter und schreiben dorthin kategorie mit einem blärdzeichen ist gleich und dann einer klammer auf die klammer zukommen wir noch nicht die können wir weg machen ähm dann schreiben wir in die nächste zeile mit einem tab kategories achtung wichtig die schreibweise schon erkennt er es nicht und dann müssen wir eine klammer aufmachen und einmal anführungsstrichen und nun könnt ihr dort reinschreiben was ihr wollt ja ich würde zum beispiel weil weil das signalbild so heißt würde ich jetzt hier asig reinschreiben das ist eine abkürzung das steht für ausfahrsignal ähm da das ein reines ausfahrsignal ist ohne vorsignal würde ich das jetzt in die kategorie kategorie asig reinmachen ähm falls dieses ausfahrsignal noch ein vorsignal zum beispiel am mast hat das geht ja bei dem hv würde ich bei mir äh würde ich die kategorie asig vr nennen ja das heißt ähm ausfahrsignal mit vorsignal dann können wir das ganze natürlich noch erweitern dann haben wir äh beispielsweise ein äh ausfahrsignal mit vorsignal und einer geschwindigkeitszeige obendrüber das wäre ähm noch ein zs ähm 3 und falls wir wirklich dann äh das komplette paket haben mit geschwindigkeitsanzeige oben und geschwindigkeitsvoranzeige unten könnten wir noch zs3v hinschreiben ähm ihr könnt da auch gerne leerzeichen reinmachen falls es euch zu unübersichtlich ist ja dann habt ihr sozusagen die kategorie ausfahrsignal mit vorsignal mit geschwindigkeitsanzeiger oben und mit dem vor deshalb das f ähm mit dem voranzeiger unter den äh signalmasten oder unter den signalschirmen ihr könnt da auch reinschreiben was ihr wollt ihr könnt auch alle ausfahrsignale ähm die seppe da euch bietet unter asig laufen dann müsst ihr halt über den namen des jeweiligen signals ähm halt euch das richtig aussuchen das ist euch vollkommen überlassen wie ihr das möchtet dann schreiben wir noch in die nächste zeile eine klammer zu mit einem komma wie gesagt äh ganz wichtig das komma ist sehr wichtig weil sonst erkennt ihr den abschluss von dieser zeile nicht genau und ähm ich sehe gerade ich habe da auszusehen auf die falsche taste gedrückt das darf keine normale klammer sein sondern auch hier wie auch hier oben bei kategorie muss es eine geschweifte klammer sein das äh bitte noch ändern das habe ich vergessen da bin ich irgendwie auf die falsche taste gekommen das sieht man auch nicht gut das sieht man erst wenn man dichter hinzoomt dass es eine geschweifte klammer ist und das ist alles was ihr einfügen müsst das könnt ihr gerne kopieren und bei den anderen auch einfügen ähm bitte drauf achten einige mods äh von seppe die stehen so da ja die stehen so am ende ähm das geht natürlich auch aber dann könnt ihr nicht einfach hier jetzt anfangen mit eurem kategorie weil dann spuckt euch das spiel ein fehler aus dass dieser abschnitt hier noch nicht beendet ist und danach was kommt das heißt bei manchen äh model dateien also punkt mdl dateien müsst ihr hier noch einen Komma setzen äh ist nicht bei allen so bei manchen hat das ausgelassen ich glaube bei den erweiterungspaketen ist es hauptsächlich draußen ähm da wirklich bitte darauf achten dass jeweils hier und wie gesagt am kategorie ende auch nochmal ein Komma steht das ist sehr wichtig so dann haben wir es hier eingefügt dann einfach auf ähm auf speichern drücken und ähm dann können wir uns dem nächsten angucken das nächste wäre das block na da gibt es einen rechts und links da können kann ich gerne mal kurz beide öffnen so genau wie gesagt alles spielt sich immer ganz unten ab und da können wir dann auch wieder anfangen ich habe es jetzt vergessen zu kopieren deshalb schreibe ich es nochmal ganz kurz äh karte ist gleich klammer äh so und da kann man ähm ist natürlich logisch wenn das Ausfahrsignal ASIC ist dann ist natürlich das Blocksignal B SIC äh ich weiß nicht ob das wirklich offizielle Angaben von der Deutschen Bahn sind aber auch hier ist es natürlich erweiterbar mit VR mit ZS3 oder ZS3V ja das überlasse ich euch vollkommen wie ihr das irgendwie übersichtlich gestalten möchtet ähm weil jeder hat ja nicht wirklich viel Ahnung oder na gut was heißt nicht wirklich viel ähm jeder hat ein bisschen unterschiedlich Ahnung von Signalen ähm deshalb teilt euch das ein wie ihr das möchtet so dieses mal mache ich es ich kopiere diesen Abschnitt und dann gehen wir mal in den linken Bereich ich habe bei mir ähm beispielsweise bei dem KS äh System was ja von uns rauskam habe ich geteilt zwischen rechts und links weil es da so viele verschiedene Typen von Signalbildern gibt ähm hab ich die einfach unterteilt zwischen rechts und links und weil wir das in den ähm ähm in den Schriften nicht wirklich erkennt ob das jetzt ein rechtes oder ein linkes Signal ähm ist habe ich das ähm unterteilt bei den HV Signalen habe ich rechts und links äh in einer Kategorie Kategorie zusammen ähm ähm falls ihr das nicht möchtet könnt ihr auch hier ohne Probleme ähm bei dem bei den rechten Basic ähm rechts ähm rechts äh oder nur ein R für rechts und ein L für links ähm das ist wirklich gesagt euch vollkommen überlassen ähm was es natürlich nicht haben darf ihr dürft nicht irgendwie normal was in Anführungsstrichen äh setzen weil dann erkennt es sozusagen nur diesen Bereich hier als ja als als Text den ihr da einfügen möchtet äh bestimmt wird er euch da auch irgendeinen Fehler ausspucken weil einfach zu viele Anführungsstrichen äh was geht äh sind Slashig das ist alles kein Problem auch so wie hier oben seht ihr Slash Doppelpunkt ist alles kein Problem so dann natürlich auch wieder abspeichern ich mach's natürlich nicht ähm wir gehen weiter zum nächsten das nächste wäre das Einfahrs Signal das wäre das E-Sig ähm das SBK ähm das wäre wie gesagt das Selbstblock Signal äh das könnt ihr also das ist das läuft eigentlich auch unter den B-Sigs aber das könnt ihr auch S-B-Sig nennen wie gesagt es ist euch vollkommen selbst überlassen wie ihr diese Dinger einteilt ich zeige euch bloß nochmal kurz bei den Vorsignalen da nicht wundern da steht anstatt ähm ähm hier steht äh Path Signal hier steht natürlich Waypoint weil ein Vorsignal hat natürlich keine ähm Rot-Grün Funktion sondern ist natürlich wie gesagt bloß ein Anzeige Objekt aber hier könnt ihr genauso wie bei den Signalen Kategories einfügen und die Abkürzung für die Vorsignale wäre V-Sig und hier ist genauso hier bei den Vorsignalen gibt es keine Geschwindigkeitsanzeige da gibt es natürlich bloß eine Voranzeige das heißt was hier noch sein könnte wäre ein äh äh V-Sig Zs3v ja könnte natürlich auch für rechts sein ja oder wenn es ein linkes ist für links ist alles keine kein Problem genau so ist die äh Kategorie Einteilung bei den Signalen falls ihr Formsignale äh möchtet könnt ihr da was weiß ich Form reinschreiben oder wie gesagt es ist nochmal es ist euch vollkommen selbst überlassen was ihr dort reinschreibt weil Hauptsache ihr blickt es nachher noch irgendwie und ähm ja ihr kommt nicht irgendwie durcheinander das ist das Wichtigste auf jeden Fall würde ich mich freuen falls ihr irgendwelche Resonanzen habt egal ob positiv oder negativ falls ihr noch irgendwas wissen möchtet dann schreibt es gerne unten rein ansonsten würde mich freuen wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit bis dahin ciao und hier und oder